so hallo herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja ihr seht es vielleicht schon am titel ich brauche wieder eure hilfe und das beim ts einstehen genau ich habe meinen eigenen ts schreibe schreibt gerne in die kommentare euer discord namen oder ich schicke euch einfach in der beschreibung einen discord da könnt ihr drauf join und dann schreibe ich euch an wenn ihr drauf klein und oder ich schreibe dann einfach in allgemeinheit weil ich habe dann discord und da könnt ihr einfach in allgemeinheit schreiben und ich hoffe da meldet sich jemand weil auch den dringend und ja ts einstellen ränge einstellen so weit das nicht kann und ja ich wäre sehr dankbar und ich hoffe da meldet sich jemand das wollte ich nur kurz ankündigen wir können mal eben ganz kurz hier reingehen was heißt ankündigen ich brauche wieder hilfe mal wieder so wie bei vielen sachen glaube ich viele prozent chancen die will ich aber natürlich nicht verschundern deswegen gehe ich jetzt raus hier und das war es so gesehen mit dem video ich weiß eine minute oder so ging nur eine halbe minuten ich brauche dringend eure hilfe und bitte schreibt danke bye bye bis zum nächsten Mal